Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Märchen? Abonniert mich einfach. Geisterhafter Besuch Hörspiel über den Poltergeist der Katze Jenseitswelten Der Poltergeist der Katze Eine Frau in einem kleinen verträumten Dorf tief im Wald hatte eine geliebte Katze namens Mittens. Mittens war das sonnigste Wesen, das man sich vorstellen konnte, und sie war immer da, um ihrer Besitzerin Gesellschaft zu leisten. Doch eines Tages starb Mittens, und die Frau war am Boden zerstört. In den folgenden Nächten erlebte die Frau seltsame Dinge. Sie hörte das Klappern von Mittens Krallen auf dem Holzboden, obwohl sie wusste, dass ihre Katze nicht mehr da war. Manchmal spürte sie auch eine warme, beruhigende Präsenz in ihrem Zimmer, als wäre mittens bei ihr. Die Frau erzählte Freunden und Verwandten von ihren Erlebnissen, aber niemand glaubte ihr. Sie dachte, sie sei verrückt geworden. Doch eines Nachts, als sie allein in ihrem Zimmer war, geschah etwas Wunderbares. Gott erschien ihr in einer Vision und sagte, Ich bin immer bei dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Jede Nacht erschien ihr die Erscheinung, als würde sie sie beschützen. Obwohl es unheimlich war, fühlte sich die Frau durch die Anwesenheit des Schattens seltsam beruhigt. Mit der Zeit wurde der Geist immer unruhiger, und anstatt Trost zu spenden, begann er Dinge zu zerstören und die Frau zu erschrecken. Die Frau versuchte alles, um den Geist zu vertreiben, aber nichts schien zu funktionieren. Eines Nachts wachte sie auf und sah den Schatten über ihrem Bett schweben, der sie mit einer unheimlichen Präsenz erfüllte. Verängstigt und verzweifelt wandte sie sich an ein Medium, das ihr half, den Geist von Mittens zu besänftigen und ihn in den Frieden zu geleiten. Nach dieser Zeremonie kehrte Ruhe im Haus ein, und die Frau konnte endlich Frieden finden, wissend, dass Mittens in Frieden ruhte. Leider kehrte Mittens Geist zurück, und diesmal war er stärker und aggressiver. Er begann, noch mehr Dinge kaputt zu machen und die Frau mit lauten Geräuschen und Bewegungen zu erschrecken. Es war klar, dass eine einfache Beschwichtigung diesmal nicht funktionieren würde. Die Frau wandte sich an einen Exorzisten mit Geistererfahrung, um ihr Haus von dem Poltergeist zu befreien. Der Exorzist führte eine anstrengende Zeremonie durch, in der er den Geist beschwor und ihm befahl zu gehen. Die Befreiung des Hauses vom Poltergeist nahm leider ein tragisches Ende. Als der Exorzist versuchte, den Geist zu bannen, wurde er von dessen Kraft überwältigt und schwer verletzt. Trotz aller Bemühungen konnte er nicht gerettet werden und starb noch im Haus. Die Frau war schockiert und traurig über den Verlust des Exorzisten, aber auch dankbar für seine Bemühungen, ihr Haus von dem Poltergeist zu befreien. Sie wusste, dass er ein Held war, der sein Leben für andere riskiert hatte, und sie würde ihm für immer dankbar sein. Trotzdem war die Frau verängstigt und wusste nicht, was sie tun sollte, als sie herausfand, dass der Geist immer noch im Haus war. Mit seiner unheimlichen Kraft begann er das ganze Haus zu zerstören, zerschlug Fenster und warf Möbel um. Die Frau wurde von einer unsichtbaren Kraft aus dem Haus geschleudert und sah entsetzt zu, wie das Haus in Trümmer fiel. Sie stand draußen im Regen, voller Angst und Trauer, denn sie wusste, dass sie ihr Zuhause und ihre geliebte Katze für immer verloren hatte. Sie machte sich auch Sorgen über die unheimliche Macht des Geistes und was er als nächstes tun würde. Doch in all ihrer Angst und Trauer erkannte die Frau, dass der Geist von Mittens versuchte, ihr etwas mitzuteilen. Sie nahm all ihren Mut zusammen und hörte auf die Botschaft des Geistes. Als sie es verstand, was er ihr sagen wollte, fand sie endlich den Frieden, den sie gesucht hatte. Die Frau ging zu ihrer Tochter, um Schutz und Trost zu finden. Die Tochter nahm sie mit offenen Armen auf und half ihr, über den Verlust ihres Zuhauses und ihrer geliebten Katze hinwegzukommen. Mit der Zeit und der Unterstützung ihrer Tochter begann die Frau, ihr Leben wieder aufzubauen. Und als sie endlich soweit war, verabschiedete sie sich vom Geist von Mittens und sagte ihm aufrichtig, wie dankbar sie für die gemeinsame Zeit sei. Der Geist von Mittens hörte ihre Worte und fand endlich den Frieden, den er gesucht hatte. Mit einem letzten Schnurren ging er in den Himmel, um für immer bei den anderen geliebten Katzen zu sein. Ich bin dein Vater. I lalalalalalalove you, ooh. I lalalalalalove you, yes I do.